Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Start in die neue Handelswoche, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet. Die Charts sprechen für sich. Wenig Bewegung, ein bisschen eher Downside-Risiko. Wir hatten eine Bullfleck, die absolut invalide war, habe ich euch aber davor gewarnt. Was jetzt wichtig ist für die heutige Woche, beziehungsweise auch für die heutige Woche, für den heutigen Tag und für die ganze Woche, darüber besprechen wir heute auf jeden Fall. Mal gucken uns ein paar Altcoins an, weil da ein paar sehr interessante Chart-Pattern auch dabei sind. Sprechen wir alles in dem Video. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt. So, jetzt starten wir durch. Wie gesagt, 20.500 US-Dollar momentan. Wir hatten hier diese mittelmäßige Bullfleck, die mehr Wicks nach oben und unten hatte als sonst was. Wir haben natürlich die Bullfleck nach unten hindurchbrochen, was relativ klar war, auch unter dem Aspekt. Wir hatten hier ein Void, was gefüllt werden möchte, habe ich euch aber dazu gesagt. Es ist wichtig, dass wir uns genau in dieser Zone nochmal aufhalten, beziehungsweise uns hier die Liquidität holen in diesem Bereich. Sind bis auf ungefähr 20.300 US-Dollar runtergedammt, in Anführungszeichen. Void gefüllt, gutes Zeichen. Jetzt wäre auf jeden Fall der nächste Step, weil Montag ist und meistens so ein False Move Monday, wäre jetzt auf jeden Fall der nächste Step, dass wir uns dieses Hoch bei ungefähr 22.500 US-Dollar holen. Und hier, haben wir gestern schon drüber geredet, wird sich dann meines Erachtens auch die ganze Woche dann entscheiden. Schaffen wir es hier drüber mit einem normal hohen RSI, also ich sage jetzt mal so 40, 50 ist absolut in Ordnung. Wenn wir hier oben ankommen, dann können wir den nächsten Pump erwarten, mit einer Bestätigung vielleicht im Laufe der Woche des Monats. Pivots ein bisschen Konsolidierung hier, dann vielleicht mit einer möglichen Bullfleck. Und dann wäre wirklich das Preisziel bei ungefähr 27.000 US-Dollar. Dieses Adam & Eve auf den kleineren Timeframes für mich schon wieder einigermaßen invalide. Wir haben noch kein Lower Low, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, auf den größeren Timeframes, schauen wir uns mal auf den Daily an, kann man es noch durchgehen lassen. Würde ich jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt das perfekte Adam & Eve Pattern ist, deswegen hier ein bisschen Vorsicht auf jeden Fall. Ansonsten wäre trotzdem unser Preisziel bei ungefähr 27.000 US-Dollar einfach den Aspekt. Wir haben hier ein riesiges Void, schnelle Abverkaufscandles, die wir damals im Juni hatten, schneller Dump. Deshalb würden die wahrscheinlich auch wieder relativ flott gefüllt werden. Deswegen auch dieses hohe Preisziel, weil wir hier einfach ohne Pause im Endeffekt durchbrettern könnten, bevor wir dann die nächste Korrektur nach unten hin sehen, wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, sollten wir es hier nicht über diesen Monthly Pivot drüber schaffen, mit niedrigen RSI, vor allem mit höherem Volumen. Das ist ja das, was uns momentan einfach extrem, extrem fehlt. Kein Volumen im Markt, keine wirkliche Trendbildung, sogar unser kleiner Abtrend. Hier hat es Schwächen gehabt, indem der Trend immer schwächer wurde durch das wenige Volumen. Dann kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, nochmal in Richtung 17.000 US-Dollar runterzufallen. Das sind einfach die momentan zwei Szenarien, die ich einfach für absolut möglich halte, beziehungsweise die wahrscheinlichsten Szenarien, die im Laufe der Woche auch kommen könnten. Also wir dürfen hier nicht ausschließen, dass wir uns hier ewig lang rumkonsolidieren. Wir haben schon mal drüber gesprochen, dass wir immer diese Touchpoints hier oben hatten, mit dem Vergleich von hier oben, wo wir auch diese kleine Range gebildet haben, nur mit dem feinen Unterschied. Wir haben hier eher einen kleinen Abtrend gebildet. Den können wir uns auch mal hier momentan einzeichnen. Der hält meines Erachtens auch gerade momentan noch eher. Wir haben hier einen kleinen Abtrend gebildet. Hier, ganz ehrlich, war es einfach das Risiko höher, weil wir hier diesen extremen Wick hatten. Das war auch der Grund, warum wir dann drunter gefallen sind. Den haben wir hier nicht vorliegen, aufgrund dieses schwächeren Volumens, was wir dann hier unten gebildet haben. Trotzdem müssen wir aufpassen, dass die 17.500 US-Dollar auf jeden Fall in unseren Köpfen drinnen bleiben. Würde ich nicht ausschließen. Trotzdem können wir zumindest von 27k träumen. In Anführungszeichen träumen, weil einfach vorher noch massiver Widerstand davor ist. Brechen wir die 23k, beurteilen wir das alles nochmal komplett genauer, beziehungsweise was wichtig dann ist in der Situation. Ansonsten sieht es eher danach aus, okay, wir kommen auf jeden Fall in diesen Bereich 22, 5, 23k und kriegen da die Rejection nach unten. Außer es kommen noch irgendwelche bullischen News, aber FED-Zinserhöhung diese Woche. EZB-erste Zinserhöhung folgt auch in dieser Woche. Das heißt, da kommt eine Menge, Menge auf uns zu, wo sehr volatil werden könnte. Gut, so viel dazu. Dann fangen wir an mit den Altcoins. Und zwar, da seht ihr es im Endeffekt schon, auf was ich hier hinaus will. Wir haben einerseits ein Ascending Triangle, bitte aber mit Bedacht ziehen, ich mache hier Ranges draus. Das heißt, Widerstands-Ranges hier oben. Nicht, dass wir hier ein perfektes Dreieck haben, wo ich sage, okay, nee, da müssen wir auf jeden Fall drüber. Ihr kennt mich, ich bin eher so ein Fan. Wir zeichnen uns Zonen ein, weil nur ein gerader Strich als Widerstandslinie zu nehmen, finde ich fatal. Unten die Abtrendlinie könnt ihr euch auf jeden Fall so zeichnen. Die ist intakt und würde sogar meines Erachtens noch ein Wig in das Golden Pocket von dieser Aufwärtsbewegung hier verantworten. Kurzer Wig drunter. Jeder würde denken, okay, Ascending Triangle geht in Sparish herunter. Und dann starten wir hier die Rally im Endeffekt. Wäre eine Möglichkeit, was wir momentan bei sehr, sehr vielen Altcoins sehen. Deswegen halten wir uns jetzt nicht zu lange bei Ethereum auf. Schauen wir uns ein paar andere Altcoins noch an. Auch Matic im Endeffekt mit dem gleichen Chartpattern. Auch hier seht ihr, wir haben den Abtrend. Wir können uns auch hier mal ganz kurz noch das FIP-Level dazu nehmen, ob wir hier auch Möglichkeiten sehen. Wir gehen jetzt mal von dem kleineren. Da seht ihr auch, okay, wir würden hier perfekt ins Golden Pocket reinkommen. Sollten wir nochmal einen Abverkauf sehen. Kurzer Dip unter diese Trendlinie und dann Wig nach oben bzw. Aufkauf. Und dann hätten wir auch hier ein mögliches Ascending Triangle, heißt ein bullisches Chartpattern. Wichtig, wir müssen diese Zone auf jeden Fall hier rausnehmen. Extrem, extrem viel Support hier an dieser Zone. Hier drüben dann wieder extremer Widerstand. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bei Matic die 62 US-Dollar-Cent überbieten. Hierauf bestätigen und dann könnten wir theoretisch weiter nach oben bzw. hier der erste Widerstand würde bei 0,66 liegen beim Manfli R1. Das wäre dann der erste Widerstand, auch das letzte signifikante Hoch hier. Downtrend wäre dann dadurch wiederum gebrochen. Wir könnten den Abtrend starken. Und dann müssen wir weiterschauen. Wie gesagt, wir sehen dieses Pattern momentan bei sehr, sehr vielen Altcoins. Ich müsste jetzt noch ein paar raussuchen. Ich glaube, FTM sehen wir auch eine Art bzw. aber der Trend ist, sage ich mal, nicht so stark. Also man sieht hier auch, Trend wurde immer wieder respektiert. Long-Möglichkeit wäre hier meines Erachtens vielleicht sogar schon möglich. Wir haben hier die 4-Stunden-Supply-Zone als Widerstandszone, nicht die Linie. Im Endeffekt ist es auch eine Linie, aber eine sehr, sehr dünne 4-Stunden-Supply-Zone, die dann auch als Ascending-Triangle durchgeht. Heißt, wir könnten hier noch immer ein bisschen konsolidieren. Nochmal in dem Bereich der 0,31 noch einen Rücksetzer sehen. Oder wir steigen direkt hoch und gehen dann in Richtung 0,38. Das sind so momentan die Pattern, die ich auf jeden Fall im Blick habe. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Fan. Andererseits stimmen die momentan sehr mit den Supply-Zonen, mit den Demand-Zonen und viel auch mit dem Fibonacci-Retracement-Level. Was man auch hier mal vielleicht noch ziehen kann. Wobei hier müsste man schon deutlich, deutlich drunter sein. Meines Erachtens nach, okay, bis zum 0,786er konsolidieren hier am Golden Pocket. Also es ist schon eine Menge, Menge Konfluenz, wie ihr hier seht. Und das könnt ihr bei vielen, vielen Altcoins momentan beobachten. Könnt ihr gerne mal einzeichnen. Plus, was ich euch raten würde, auf jeden Fall noch die Supply-Zone auch noch mit dazunehmen. Einfach, damit ihr so ein Gefühl kriegt, okay, wo könnte das nächste Ascending-Triangle entstehen. Beziehungsweise wo sind die Widerstände auch hier in diesem Bereich. Mehrere Male immer rübergewickt. Kurzes Fake-Out mit einem Doppeltop und dann wieder runter. Also ihr seht, die Zonen werden schon schwächer. Wir müssten dann sogar, glaube ich, sogar nur hier in diese Zone reingehen. Wäre sogar sinnvoller, sage ich mal. Also so bei 0,29 wäre so ungefähr das Breakout-Volumen. Dann nächster Rejection-Point bei 0,31. Vielleicht nochmal ein Retester 0,29 und dann nach oben. Also wie gesagt, zeichnet euch das gerne ein. Wir sehen das momentan bei sehr, sehr vielen Altcoins. Aber trotzdem mit Bedacht nicht zu hohe Hebel, bitte. Also ich würde jetzt hier nicht darauf verwetten, dass wir hier jetzt gleich Moon gehen. Aber es ist schon interessant, wie überall sich die gleichen Pattern momentan zumindest ähnlicherweise bilden. XRP weniger. Also guckt euch die Alts an, zieht euch das FIP-Level noch dazu. Aber es könnte theoretisch, weil wir ja schon gesprochen haben bei Bitcoin 27k, ist nicht ausgeschlossen. Würde ich auch nicht ausschließen, meines Erachtens nach. Und von den Altcoins her würde es auch passen, sollten wir nach oben hin bullisch ausbrechen. Das heißt natürlich nicht zu 100%, dass wir jetzt nach oben hin ausbrechen. Es kann genauso die Möglichkeit sein, okay, wir kriegen wirklich den Breakdown nach unten mit Massivvolumen. Werden dann wieder aufgekauft, kriegen unseren Retest und fallen dann wieder erneut ab. Also da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ich halte euch auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden. Ansonsten würde ich sagen, war es das mit Charts erstmal. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich mal wieder nicht aktualisiert habe. Ach, ihr kennt es ja. Vizepräsidentin der FED-Krypto-Ökosysteme muss reguliert werden. Ja, ja, das sagen sie schon seit Jahren. Sollen sie sich mal drum kümmern. Wen den Artikel interessiert, ich schicke ihn euch später auch in die Telegram-Gruppe. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh zum täglichen Update-Video wieder. Ich freue mich drauf, lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, stay crypto.